Leo darf als Puppe auch in einer schweren Situation ein Problem direkt ansprechen. Na klar. Ja klar. Noch mehr als du selbst. In deiner Rolle als Clown. Er kann damit eine Leichtigkeit schaffen, weil er klein ist und weil er naiv ist. Was ist naiv? Ist das was Gutes? In deinem Fall ist es was ganz Tolles. Dann ist ja gut. Ja, weil er eben anders denkt als ein Mensch. Und auch anders als ein Clown, der ja nur ein verkleideter Mensch ist. Jedenfalls nimmt es den Stress aus der Situation und macht es allen etwas leichter. Ja, das war ganz klar gestern. Das glaube ich dir. Toll hast du das gemacht. Hm. Ja, das war ganz klar. Vielen Dank.